Ja, guten Morgen Geschwister. Ich habe das vorhin schon gesagt, der Jörg ist heute nicht da, der hat keinen Platz mehr gekriegt. Also er hat versucht sich gestern Abend noch anzumelden und nicht funktioniert. Pech gehabt. Nein. Er sei gesegnet zu Hause mit seiner Familie. Er braucht das einfach mal, auch mal die Beine hochlegen zu können und ein bisschen zu chillen, wie man das heute sagt. Wir werden heute nicht in Sprüche weitermachen. Ich habe was anderes auf dem Herzen oder Gott hat es mir aufs Herz gelegt. Ein Thema, das ich faszinierend finde und das mich in letzter Zeit irgendwie auch nicht loslässt. Und zwar ist das das Thema Jesus, der gute Hirte. Ganz einfach. Jesus, der gute Hirte. Wenn wir einen Hirten haben, brauchen wir logischerweise auch Schafe. Ein Hirte ohne Schafe, ja, ist arbeitslos. Ich habe früher immer so in meiner Kindheit, ich komme vom Dorf, da gab es immer Schafhirten, die durch die Gegend gezogen sind. Und ich fand das immer faszinierend, so diese Männer zu sehen, die ihre Hunde dabei hatten, die wirklich aufs Wort gehört haben. Aber ich habe gedacht, das ist ja echt wirklich ein lauer Job, so den ganzen Tag spazieren zu gehen mit den Schafen, durch die Gegend zu ziehen, mal hier anzuhalten, mal da anzuhalten, die Schafe einfach fressen lassen und dann weiterziehen. So habe ich mir das gedacht. Das ist das Leben eine Schafhirten. Aber es ist ganz anders. Ein Hirte lebt für seine Schafe. Er hat einen 24-Stunden-Tag. Er hat jedes seiner Schafe im Blick. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Bei einer Herde von vielleicht 300, 400 Schafen. Er sieht seine Schafe. Er hat seine Schafe im Blick. Und wenn er sie morgens aus dieser Hürde rauslässt oder irgendwo auf der Weide draußen, dann guckt er sie ganz genau an. Geht es meinen Schafen gut? Ist da eins dabei, das krank ist, das heute nicht richtig aufstehen kann? Dann geht er hin, verarztet dieses Tier. Also er macht es, er versucht es gesund zu machen, zu heilen. Schafe sind nicht sehr intelligent. Wenn sie fressen, dann fressen sie und dann fressen sie und gucken auf die Erde, weil das Futter ja unten ist und heben dann irgendwann den Kopf und denken, wo bin ich? Also die können durchaus völlig von der Herde weg sein und wissen gar nicht mehr, wo sie sind, haben sich total verlaufen. Der Hirte weiß das. Der sieht, oh, da fehlt ein Schaf. Hermann fehlt. Ich muss ihn suchen. Und er sucht so lange, bis er dieses Schaf gefunden hat. Er beschützt seine Schafe vor Feinden. Er setzt sein Leben ein. Und wenn er seine Schafe abends zur Ruhe bringt, gibt es für diese Schafhürde einen Eingang und da legt sich der Hirte hin. Er wacht, er passt auf, auf seine Schafe. Wie geht es dir damit, wenn, ich weiß nicht, wie weit du schon mal mit Schafen zu tun hattest. Du hast vielleicht schon mal welche gesehen oder so. Aber Schafe, wie gesagt, sind nicht besonders intelligent. Und Jesus sagt, ihr seid meine Schafe. Es ist demütigend, weil es uns zeigt oder es uns sagt, dass wir, wie Stefan gebetet hat, unser Leben auch nicht auf die Reihe kriegen und uns auch verlaufen und verletzen. Das wissen wir. Und ich möchte jetzt ganz kurz einfach auch zum Wort Gottes kommen. Ich möchte mit euch einfach so ein bisschen den Psalm 23 angucken im Alten Testament. Ein Psalm von David, den lese ich einfach jetzt mal vor. Wir werden wahrscheinlich nicht weit kommen in dem Psalm, aber erstmal lesen wir ihn. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. David wusste, was es heißt, ein Hirte zu sein. David war selber einer. Er war später König, aber in seiner Jugendzeit war er Hirte mit dem Schafen draußen. Aber er spricht hier nicht als Hirte, sondern als Schaf eines Hirten. Und er sagt, der Herr ist mein Hirte. Der Herr ist mein Hirte. Nicht irgendjemand anders. Keiner ist so wie mein guter Hirte. So voller Liebe, so voller Weisheit, so voller Kraft. Er ist derjenige, der alles ins Sein gerufen hat. Und ich habe das vorhin schon gesagt, mach das mal, wenn du irgendwie die Möglichkeit hast, in so einer richtig dunklen Nacht rauszugehen und dir den Sternenhimmel anzugucken. Du drehst durch, weil das ist so gewaltig, was du da oben siehst. Diese Größe. Und das geht ja noch viel, viel weiter. Das ist das, was du siehst. Aber da drüber ist noch was und noch was und noch was. Das ist so groß. Und es gibt unseren Hirten, der da drüber steht. Und er kennt dich und dich und dich und dich und dich. Und er kennt jeden Einzelnen von uns. Dieser allmächtige Gott. Und er kennt uns nicht nur. Sondern er hat sein Leben für dich gegeben. Damit du echtes, wahres Leben hast. Was bringt das für uns für einen Wert? Dass der große, heilige, mächtige Gott uns bei unserem Namen kennt, uns liebt und uns seine Kinder nennt. Wir sind oft so, dass wir uns auch stark fühlen manchmal. Wir haben irgendwas geleistet und denken, Mann, wir sind ja doch gar nicht so schlecht drauf oder was auch immer. Wir fühlen uns vielleicht, wenn wir uns mit anderen vergleichen, wir sind intelligenter oder sehen besser aus oder was auch immer. Aber betrachte dich mal realistisch. Du bist einer hier in der Gemeinde. Du bist einer in dieser Stadt von 600.000 Leuten. Du bist einer in der Bundesrepublik von 80, 90 Millionen. Du bist einer in Europa und einer in der ganzen Welt. Einer von 8 Milliarden. Du bist eigentlich ganz, ganz klein. Die meisten Menschen wirst du nie in deinem Leben kennenlernen. Oder? Ja? Will man vielleicht auch nicht. Aber du wirst nicht alle. Und dieser große, heilige Gott kümmert sich um uns, um dich ganz persönlich. Er hat dich gesehen, als du irgendwo lagst und nicht mehr weiterkamst. Wenn Schafe auf dem Rücken liegen, kommen sie nicht alleine wieder hoch und sterben. Und die Schafe ohne den Hirten haben keine Überlebenschance. Weil sie sind einfach nicht die Hellsten, wie gesagt. Sie rennen gegen die Wand, sie machen alles mögliche. Sie kippen um, sie trinken verseuchtes Wasser und so weiter, wenn der Hirte nicht dabei ist. Wenn sie sich selbst überlassen sind, haben sie keine Chance. Und das sollte uns zu denken geben. Wenn du meinst, du kriegst dein Leben schon selbst geregelt. Läuft alles, alles wunderbar, das klappt schon. Ich sage dir, du wirst scheitern. Vielleicht gehst du reich. Irgendwo, vielleicht stirbst du reich hier in dieser Welt. Aber wenn du den guten Hirten nicht hast, gehst du alleine, ohne all dein ganzes Kram, was du dir hier angehäuft hast. Du gehst alleine. Nackt. Wir brauchen, wir brauchen diesen guten Hirten. Das ist so wichtig. Und David, ich möchte, ich würde gerne hören, das ist ja auch ein Lied, wie David das, mit was für einer Überzeugung er das gesungen hat. Ich glaube, er war richtig so ein bisschen stolz drauf. Jawohl, dieser Gott, dieser Herr, das ist mein Hirte. Und den haben wir alle in unserem Leben. Diesen guten, wunderbaren Hirten, der unsere Wunden heilt, der uns versorgt, der an uns dran ist, der uns zu wunderbaren, frischen Quellen führt, der unser Leben reich macht. Nicht so, wie wir es uns vielleicht vorstellen manchmal. Aber das ist wirklicher Reichtum, den er gibt. Und ich möchte mal noch ein bisschen weitergehen. Er sagt hier dann weiter, mir wird nichts mangeln. Mir wird nichts mangeln. Wie geht es dir damit, wenn du das hörst? Mir wird nichts mangeln. Ist hier einer von uns, der möge doch bitte jetzt aufstehen oder die Hand heben, der absolut in nichts einen Mangel hat. Dem es absolut gut geht, der keine Probleme hat, der gesund ist, der stark ist, bei dem alles läuft. Keiner. Warum sagt er das hier? Warum sagt er, mir wird nichts mangeln? Uns mangelt es doch eigentlich an so vielem, wenn wir jetzt mal ein bisschen realistisch sind. Du hast, dem einen geht es besser als dem anderen vielleicht, der eine weiß nicht, Oh, wie soll ich morgen mein Brot kaufen? Ich bin finanziell am Ende. Ich habe Schulden. Ich bin, ich komme nicht weiter. Ich muss morgen zum Arzt. Oh, da ist irgendwas in meinem Körper, was was nicht so ganz in Ordnung ist. Ich habe Angst vor dieser Diagnose. Ich weiß nicht, was kommt. Christenanruf. Dein Kind, deine Frau, deine Eltern sind schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert worden. Da stehen wir doch nicht da, das wäre doch Hirn amportiert, da stehen wir doch nicht da und schreien Hurra, danke Jesus. Dann bist du down. Dann mangelt es dir auf jeden Fall. Warum sagt er das hier? Mir wird nichts mangeln, weil er uns eine andere Sicht der Dinge schenken möchte. Wenn Gott, wenn Jesus dein Ein und Alles ist, deine größte Liebe, dann ist es tatsächlich so oder es kann so sein, dass du, egal was du erlebst, dennoch Freude hast und erfüllt bist, weil sich die Dinge in die richtige, in die richtige Sicht schieben. Paulus sagt, im 2. Korinther, genau. 2. Korinther, weißt du noch genau, Stefan? Nee, ne? 2. Korinther 4, glaube ich. Ah, diese Zettellage, ich muss mir das abgewöhnen. Das ist furchtbar, das verwirrt nur. 17, 2. Korinther 4, 17, Dankeschön. 2. Korinther, wir kriegen nichts geregelt, wie ihr seht. 2. Korinther 4, 17 und 18. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über allemaßen gewichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Das sagt hier nicht irgendjemand, irgendein Theoretiker, sondern das sagt Paulus. Und Paulus ist jemand, der eine Menge erlebt hat. Das möchten wir, also ich jedenfalls, möchte das nicht durchmachen, was er alles erlebt hat als Christ. Der ist geschlagen worden, der ist, ach, die wollten ihn ständig umbringen. Der ist im Knast gelandet, ist gesteinigt worden, hat es überlebt, ist aufgestanden, hat den Staub runtergeklopft, ist weitergegangen. Wir hatten uns erstmal hingesetzt, bräuchten wahrscheinlich einen Psychiater, der uns erstmal ein bisschen verarzelt und so weiter. Wir wären im Krankenhaus gelandet, er ist weitergegangen. Warum? Weil er eine tiefe Beziehung, da bin ich fest von überzeugt, eine tiefe Beziehung zu Jesus hatte und die richtige Sicht hatte. Denn all das, was er hier schreibt, unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist. Natürlich, es ist Blödsinn jetzt, wenn ich da, wenn jemand richtig, richtig down ist, dann kommt ihm das ein bisschen komisch vor, wenn man sowas sagt. Deine Trübsal, die ist zeitlich und leicht. Das wäre doch bescheuert. Natürlich erleben wir Dinge, die wirklich schwer für uns sind. Natürlich, aber er sagt das hier, um uns einfach die richtige Sicht zu schenken. All das, was, das verspreche ich dir, all das, was du heute erlebst, was du morgen erlebst, was du nächste Woche erlebst, schlimme Dinge vielleicht. Wir wissen ja nicht, was kommt. Es ist zeitlich. Es kommt eine, vielleicht schon bald, es kommt eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Das können wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen, was das heißt in der jetzigen Situation, wo wir unseren guten Hirten in die Augen sehen werden, dem, der uns so geliebt hat. Manchmal haben wir eine Ahnung davon, was das heißt in dieser Welt. Da wird es in vollkommener Weise sein. Kein Schmerz, kein Leid, nichts mehr. Es wird alles vergangen sein. Es gibt nur noch Freude, Liebe in alle Ewigkeit. Und deswegen konnten Männer wie Paulus und auch andere, Paulus war nicht tot zu kriegen. Egal, wo der hingekommen ist, er hat Jesus verkündigt, egal ob Gegenwind da war oder nicht. Er hatte eine tiefe Beziehung, er war reich im Herrn. Deswegen hat ihm auch nichts gemangelt. Er sagt zwar an anderer Stelle, ich kann satt sein, ich habe Hunger erlebt, ich habe Kälte erlebt, ich habe all das erlebt. Aber ich überwinde weit durch den, der mich geliebt hat. Und mir wird nichts mangeln, tatsächlich. Wenn ich ihn habe, habe ich alles. Vielleicht bin ich nicht reich. Das macht nichts. Das macht nichts. Guck dir die Reichen in dieser Welt an. Sind die erfüllt? Sind die glücklich? Wenn sie Jesus nicht haben? Ganz bestimmt nicht. Die sind arm. Wenn du denen in die Augen guckst, da siehst du keine Freude. Ich habe das vorhin, ich will das trotzdem nochmal erzählen. Ich bin früher hier in Hannover Taxi gefahren. Und du hast ja alle möglichen Fahrgäste dann, alle möglichen Couleurs, reiche Arme. Und ich habe damals, das ist schon lange her, 1999 oder irgendwie sowas, habe ich jemanden kennengelernt, der war damals schon Milliardär. Der hatte Eigentumswohnungen überall in New York und ich weiß nicht wo, noch überall. Der war steinreich. Ich bin zu dem hingefahren, sein Fußweg draußen war mit Marmor beschlagen, überall Überwachungskameras, Marmor, Mauer irgendwie, war alles abgeschottet. Und das eigentliche, ich habe das dann erst später mal gelesen, das eigentliche Haus war unterirdisch. Das war eine Riesenanlage unterirdisch, weil er Angst vor Entführungen hatte. Und dieser Mann ist rausgekommen und ist dann eingestiegen hier. Er hat mich glaube ich auch gleich geduzt. Fahr mich mal zum Bahnhof. Und er hat noch jemanden dabei gehabt. Und dann bin ich losgefahren, bin auf eine Ampel zugefahren und die Ampel war grün und wurde dann gelb. Ich habe gedacht, das schaffe ich nicht mehr, das habe ich angehalten. Dann hat er mich angeschnauzt, das war ja noch zu D-Mark-Zeiten, er sagte, was soll denn das? Da hätten sie rüberfahren können. Jetzt muss ich 20 Pfennig mehr zahlen, weil wir an der Ampel stehen. Das kann doch nicht sein. Und der war so unangenehm. Der hat die ganze Zeit, wie gesagt, er ist noch mit jemandem gefahren, der hat sich mit dem unterhalten. Da kam nur Müll irgendwie. Ja, da müssen wir dem mal richtig einheizen. Und hier müssen wir das. Das war so furchtbar. Und als er dann ausgestiegen ist, hat er irgendwo, glaube ich, gesucht und hat dann irgendwie, ich weiß es nicht mehr, 30 Pfennig Trinkgeld oder so gefunden. Ein Mann, der Milliardär war. Und auf der anderen Seite habe ich ärmere Leute erlebt. Eine Mutter mit drei Kindern, ohne Vater. Irgendwo, die im sozialen Brennpunkt lebt. Die war dankbar für alles. Wenn ich einfach nur die Tasche abgenommen habe und den Kofferraum getan, dann war die glücklich. Die haben, obwohl sie nichts hatten, drei, vier Mark Trinkgeld gegeben. Also Reichtum ist nicht von dem materiellen Kram abhängig. Das sagt Jesus, das verrostet, das zerfällt sowieso zu Staub, das bleibt nicht. Wahre Reichtum ist ganz woanders. Und du kannst, auch wenn du in schweren Umständen drin bist, kannst du, und gerade dann ist es oft so, dass Jesus dir nahe ist. Und ich sage dir, wenn Jesus dir nahe ist, das ist Herrlichkeit, auch in Not. Das haben Geschwister immer wieder berichtet, die irgendwo im Knast gesessen haben. Wenn Jesus in ihre Zelle kam, so haben sie das immer beschrieben, da war die Herrlichkeit da. Da war Licht, da war Liebe, da war alles da. Auch in solchen Umständen. Und Paulus, seinen besten Brief, sein Brief, der richtig voller Freude war, hat er im Knast geschrieben, der Brief an die Philippa. Der wird auch der Brief der Freude genannt. Also, wir sind, wir können tatsächlich, das ist nicht abwegig, glaubt das, weil es das Wort Gottes sagt, mir wird nichts mangeln. Dann sagt er, er weidet mich auf einer grünen Aue. Kann da irgendjemand was mit anfangen? Er weidet mich auf einer grünen Aue. Es ist wichtig für Schafe. Es ist wichtig für Schafe, dass sie irgendwo einen Platz haben, wo sie weiden, wo sie zur Ruhe kommen. Wo die Feinde nicht nerven, wo sie einfach in der Nähe des guten Hirten zur Ruhe kommen können. Und ich glaube, das ist auch in der heutigen Zeit für uns wahnsinnig wichtig. Ruhest du wirklich in Jesus? Stell dir mal diese Frage. Ich habe oft Probleme damit, weil das hier oben ist ständig in Bewegung. Macht sich Sorgen um den morgigen Tag. Macht sich Sorgen um so viel, ich habe das vorhin auch schon gesagt, ich bin ja mittlerweile auch ein bisschen älter schon. Und ich falle ein bisschen auseinander, die Gelenke quietschen und es ist einfach, wenn ich morgens aufstehe, das tut so weh. Und ich denke, wenn mal so der Tag kommt, an dem nichts weh tut, wenn ich aufstehe, aber das wird der Tag sein, an dem ich tot bin. Das ist einfach so, weil man wird älter und der Körper ist ja nicht für die Ewigkeit gemacht. Und ich habe manchmal Angst, dass ich denke, was wird in 20 Jahren sein, wenn der Herr mich nicht Feuer holt. Ich habe manchmal Angst davor, alt zu sein. Das ist, ich weiß nicht. Und ich denke mir, ihr habt auch viele Dinge, die euch nicht zur Ruhe kommen lassen. Und manchmal sind diese Dinge aber auch selbst gemacht. Wenn ich mir als erstes morgens, wenn ich aufstehe, mir als erstes die Nachrichten des Tages angucke, werde ich nicht zur Ruhe kommen. Ganz bestimmt nicht. Das sind in der Regel schlechte Nachrichten, die mich sofort in eine bestimmte Richtung drängen. Und das ist auch so gewünscht, das ist auch so gewollt. Denn wir wissen, es gibt auch jemand anders. Es gibt auch nicht nur den guten Hirten, sondern es gibt auch den Wolf. Und dem ist dran gelegen, dass dein Leben nicht reich und erfüllt ist. Und er wird dich mit allen möglichen Scheiß bombardieren, wird Ängste schüren. Und das ist sowieso eine seiner stärksten Waffen, damit er dich lahmlegt, um dich wirklich von dem guten Hirten abzuziehen. Deswegen ist es wichtig, es ist wichtig, dieses blöde oder für uns schwer erträgliche Wort Disziplin. Wir brauchen das. Morgens sich hinzusetzen und hören, was der gute Hirte zu sagen hat. Er will dich segnen. Das ist manchmal ein Kampf. Du musst dich hinsetzen und das kommt gerade dann. Das wissen wir alle. Dann passiert alles Mögliche. Dann geht unser Gedankenapparat los oder irgendwas. Wenn du Kinder hast, dann schreien die Kinder. Oder ich weiß nicht, die Kaffeemaschine funktioniert nicht. Oder irgendwas ist dann immer. Weißt du, und das ist ja ganz furchtbar. Aber weißt du, das ist, und du bist völlig, du bist am Rotieren. Du bist am Rotieren und vielleicht auch über den Tag, du hast ein Gespräch mit deinem Chef heute. Oh Mann, der ist mir nicht so gut gesonnen. Aber komm erst mal zur Ruhe. Setz dich zu den Füßen deines guten Hirten und hör, was er dir zu sagen hat. Er steht über all den Dingen. Er erkennt dein Gestern, das was du heute erlebst, das was du morgen erlebst, das was du dein ganzes Leben erlebst. Und du bist in seiner Hand. Und wenn du in seiner Hand bist, da kann dich keiner rausreißen. Nichts und niemand kann dich aus seiner Hand reißen, denn er ist der Mächtigste. Er hat dein Leben in seiner Hand. Das müssen wir uns immer wieder von ihm sagen lassen, bewusst machen. Er will dich segnen. Er will dir zeigen, wie sehr er dich liebt. Und wenn du auf seine Stimme wart, er wird zu dir reden, wenn du ein offenes Herz dafür hast. Und das ist so wichtig. Weil die Welt verkauft uns so viel. Und das ist nicht alles wahr. Glaubt es mir. Das heißt heute so, morgen ist wieder was ganz anderes. Und du bist irgendwann total verwirrt. Weißt nicht, wo es lang geht. Aber er, er ist wahr. Und was er dir sagt, darauf kannst du, kannst du dich hundertprozentig verlassen. Und es ist wichtig, dass wir zur Ruhe kommen. Aber es gibt natürlich auch Dinge wie, wir sind ja hier eine Gemeinde. Im Moment ist die Familie hier nicht ganz so groß. Man sieht sich nicht so viel. Es gibt Geschwister, die man leider irgendwie überhaupt nicht sieht. Aber es gibt sie. Und wir sind alle Menschen. Und wir sind alle keine Heilige und Perfekt. Und da können, das größte Problem sehe ich manchmal, man fängt an, sich miteinander zu vergleichen. Da ist der eine, es hat ein bisschen mehr Geld. Der andere sieht besser aus als ich. Der ist intelligenter als ich. Ich weiß nicht, setzt ein, was ihr wollt. Man fängt an, sich zu vergleichen. Und das Problem ist, dass wir manchmal in dieses Denken kommen können. Ja, der sieht ja besonders gut aus. Dem geht es eigentlich, wenn ich den so sehe, den geht es eigentlich immer gut. Der ist doch besonders von Gott gesegnet. Wenn ich mich angucke, ich weiß nie, was am Ende auf meinem Konto ist. Ich gucke lieber erst gar nicht nach. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie ich zurechtkommen soll. Ich bin am Rotieren. Ich bin, ja, ich bin krank. Ich weiß nicht. Ich versage in so vielen Dingen. mich wird Gott wohl nicht so lieben. Und das ist eine Lüge. Das stimmt einfach nicht. weil wir alle, wir haben alle den gleichen Gott, der uns alle gleich liebt und uns alle gleich reich machen will. Das ist nicht von äußeren Umständen abhängig. Und der, du weißt es ja gar nicht, wie deinem Bruder, dem es scheinbar so gut geht, wie es innerlich in ihm aussieht, das weißt du nicht. Vielleicht hat er noch viel größere Kämpfe und Auseinandersetzungen als du. Wir sehen nur das Äußere und wir vergleichen uns und kriegen Probleme und manchmal laufen wir durch die Gegend, sagen irgendwas. Wir sind ja manchmal schnell mit Worten, wir verletzen jemanden oder jemand verletzt uns oder es kann so viel sein. Und das lässt dich nicht, das lässt Gott nicht zu, dass du darüber zur Ruhe kommst. Und Schafe sind nicht besser. Man denkt immer, oh, das sind ja ganz friedliche Tierchen, die immer nur vor sich hin grasen. Das stimmt nicht. Da gibt es auch Kämpfe. Das starke Schaf treibt das schwache Schaf von irgendwelchen saftigen Futterstellen weg, um das selber zu fressen. Die Starken unterdrücken die Schwachen. Das soll bei uns, das darf bei uns keinen Platz haben. Die Schwachen gehören in die Mitte. Und was ich wahnsinnig interessant fand, das habe ich über einen Schafhirten gelesen, diese ganzen Kämpfe, die da sind, wenn die Schafe, wenn den Schafen bewusst ist, dass der gute Hirte in der Nähe ist, der Hirte in der Nähe ist, hören die Kämpfe auf. Das fand ich super interessant. Wenn wir Jesus in unserer Mitte haben, auch in unseren Beziehungen untereinander, gemeinsam zu ihm kommen, hören die Kämpfe auf. Und auch die Rivalitäten. Das hört auf. Weil wir alle diesen wunderbaren, guten Hirten in uns haben. Du musst dich dann nicht mehr mit irgendjemandem vergleichen. Du bist ein geliebtes Kind des guten Hirten. Mehr geht sowieso nicht. Und das ist völlig egal, ob du dick oder dünn bist, ob du Zähne hast oder nicht, oder ich weiß nicht was. Das ist völlig egal. Das sollte uns echt, wirklich, das ist unvorstellbar, was Jesus uns geschenkt hat. Diese Liebe, die ist nicht zu begreifen. Das ist etwas, lass dich vom Herrn zur Ruhe bringen. Er kann es. Die Welt da draußen kann das nicht. Und du wirst krank. Du wirst krank, wenn du ständig am Rotieren bist. Und du kommst da alleine auch nicht raus. Das schaffst du nicht. Und ich sage euch, lasst uns echt, soweit es geht, zusammenkommen als Geschwister. Wenn du irgendwo alleine in deiner Wohnung sitzt, ich meine, es kann Gründe geben, warum du nicht kommen kannst. Klar. Aber wenn du irgendwie kommen kannst, komm in die Gemeinschaft. Du kommst allein, du überlebst alleine nicht. Du kommst nicht klar. Weil es da einen Feind gibt. Und bei den Schafen ist es so, der Hirte muss alle seine Schafe im Blick haben. Denn es gibt, gerade im Nahen Osten, es gibt wilde Tiere, die nur darauf warten, dass sie ein Schaf isolieren können. Und dann fressen sie es mit Haut und Haaren. Und manchmal ist es so, ganz, ganz furchtbar, habe ich gelesen von einem Hirten, wenn eine Schafhürde da ist und der Hirte nicht da ist und ein Puma da reinkommt. Der richtet ein entsetzliches Blutbad an. Der zerreißt die Tiere, der ist im Blutrausch. So ist das Wesen des Feindes. Der Satan, der kann uns zwar nicht zerstören, wir sind sicher in der Hand des guten Hirten, aber er wird auf alle möglichen Arten und Weisen versuchen, dein Leben schwer zu machen. Und wenn du alleine bist, du bist dem nicht gewachsen. Den siehst du nicht. Der ist viel intelligenter als du. Der greift dich an, wenn du es nicht erwartest. Das macht er sowieso. Er kommt immer von hinten. Meistens greift er die Schwachen an. Aber wir sind ja alle irgendwo schwach. Er greift nachts gerne an. Durch Träume. Oder ich habe es mal erlebt, einmal habe ich im Bett gelegen und war irgendwie im Halbschlaf und merke auf einmal, ich kriege keine Luft mehr. Ich habe erst gedacht, meine Frau ist das, die mir den Hals zudrückt. Und ich wusste aber, sie ist nebenan. Und meine Frau liebt mich. Ich wusste ganz genau, das ist sie nicht. Aber es hat mir jemand in die Luft abgedrückt, den ich nicht sehen konnte. Das war echt, das war nicht zum Lachen. Ich habe richtig Panik gekriegt. Ich habe dann einfach nur den Namen Jesus gerufen und die Hand war weg. Diese Angriffe gibt es. Das können bestimmt eine Menge Geschwister hier bestätigen. Das ist Angriffe von der Finstern. Der Widersacher schläft nicht. Der versucht uns, wir müssen dafür keine Angst haben. Das sollte uns im Gegenteil zum Herrn hintreiben. Aber auch wenn du Probleme hast, such dir deine Geschwister. Bete mit denen. Gehe mit denen zusammen dadurch. Versuche es nicht alleine. Das ist wichtig. Okay. Und führt mich zum frischen Wasser. Er weidet mich auf einer grünen Auge und führt mich zum frischen Wasser. Wir wissen alle, das ist wichtig, Wasser zu haben. Ohne Wasser kein Leben. Das ist klar. Nach kurzer Zeit verdursten wir, wenn wir kein Wasser haben. Schafe haben die Art, wenn sie, der gute Hirte ist ja bemüht, sie zu gutem, frischen Quellwasser zu führen. Er guckt, wo kann ich meine Schafe tränken. Er hat seine Augen auf. Wenn die Schafe sich alleine übergelassen sind, dann trinken sie irgendwas. Da gibt es ja auch Wasserstellen manchmal, wenn sie durch die Gegend ziehen. Und dieses Wasser kann sehr, sehr, sehr gefährlich sein. Stehendes Wasser. Da sind alle möglichen Tierchen drin, Fadenwürmer, ganz gefährlich für Schafe. Wenn sie die aufnehmen und nicht schnell ärztliche Hilfe kriegen, sterben sie. Und ziemlich erbärmlich. Also Schafe sind ja, wie gesagt, nicht so intelligent. Und wir sind manchmal auch nicht sehr intelligent. Jesus hat, tut mir leid, wenn ich euch, also wir sind es einfach nicht. Also ich spreche von mir, vielleicht fühlt es sich nicht angesprochen, aber der Schafe, der Gott hat einen, wir sind alle durstig. Gott hat einen Durst in uns hineingelegt. Ich meine nicht den physischen Durst, sondern einen geistlichen Durst. Du kannst nur wahre Erfüllung finden. Du kannst nur satt werden in ihm. in nichts und niemand und in nichts sonst. Er ist der Einzige, der deinen Durst bleibend stillen kann. Das sagt uns auch das Wort Gottes. Jetzt müsst ihr wieder Geduld mit mir haben. Das sagt er im Evangelium und zwar, ich glaube es ist Lukas. das ist es nicht. Meine Frau liebt mich. Johannes 4,13. Ich bin echt aufgeschmissen. Johannes 4,13. Johannes 4,13. Da geht es um die samaritische Frau und da sagt Jesus in Vers 13, Jesus antwortete und sprach zu ihr, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm gebe, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Du kannst versuchen, deinen Durst irgendwie anders zu stillen und guck dir die Welt an, die Menschen versuchen es. Und wir haben es vor unserer Bekehrung auch versucht. Und manchmal versuchen wir es vielleicht auch heute noch, dass wir unser Herz an irgendwelche anderen Dinge hängen oder Menschen oder was auch immer. Und du bist enttäuscht hinterher. Aber sei nicht enttäuscht auf den Menschen oder auf die Dinge, denn sie sind gar nicht dazu in der Lage, dein inneres Bedürfnis, satt zu sein, zu stillen. Das können sie nicht. Das kann kein Mensch. Das kann niemand. Außer Jesus. Jesus ist der Einzige, der einen tiefen Durst stillen kann. Und Gott sagt dann noch an einer anderen Stelle, ich bin gleich durch mit dem Bibelstellen. Jeremia 2,13. Ganz, ganz erschütternde Stelle eigentlich. Da sagt Gott, und das möge, da möge er uns vor bewahren, dass wir da hinkommen. Er sagt in Jeremia 2,13 Denn mein Volk tut eine zwiefache Sünde. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich Zisternen, die doch rissig sind und kein Wasser geben. Mich verlassen sie. Dieses lebendige, klare, lebensspendende Wasser wollen sie nicht und wenden sich eine Zisterne, da steht das Wasser. Das wird irgendwann, also wenn Wasser richtig abgestanden ist, dann stinkt das. Das ist voller Bakterien, voller Müll. Das ist dein Leben, wenn du ohne den guten Hirten lebst. Du fährst dein Leben an die Wand. Du trinkst von den Zisternen dieser Welt und das sieht manches echt schön aus. Guck dir mal so einen roten Ferrari an, wenn der neu ist. Was ist sein Ende? Das ist eine Klapperkiste irgendwie, die kaputt ist irgendwann. So viele Dinge, die so schön aussehen, die sind nicht für die Ewigkeit. Und dieser ganze Kram, den wir hier haben oder nicht haben oder was auch immer, das zerfällt, das bleibt nicht. Wir müssen die lebendige Quelle haben, wir brauchen echtes Leben durch den Heiligen Geist. Wenn es sprudelt, dann ist es auch nicht nur ein Segen für uns, sondern auch für Menschen um uns herum. Das stinkende Wasser dieser Welt, es gibt so viele heftige Schicksale, es gibt so viele Menschen, die so fürchterlich leiden, weil sie sagen, ne, das brauche ich nicht. Ich komme alleine klar. Ich suche mir schon meinen Weg, wie ich etwas vom Leben bekomme. Und wie gesagt, wir sind manchmal gar nicht so, oder können manchmal auf einem komischen Weg sein, wo wir meinen, naja, okay, das kann tatsächlich manchmal so ein Prozess sein. Jesus, gut und schön, aber so richtig begeistert bin ich nicht. Klar, er ist mein Herr irgendwo, aber es gibt ja auch noch so viel anderes. Und da ist es dann gefährlich. Okay, ich bin schon ja so spät. Dann geht es weiter in Psalm 23. Da sagt er dann als nächstes Er erquicket meine Seele. Warum sagt er das hier? Ist doch klar. Der Herr erquickt natürlich meine Seele. Aber denkt mal darüber nach, um erquickt zu werden, also das ist ja hier, er erquickt mich. Wenn ich immer erquickt bin, brauchst du ja nicht mehr zu tun, oder? Es gibt Zeiten in deinem Leben, sag mal ganz ehrlich, das haben wir vorhin auch schon gehabt, wo es dir nicht so gut geht. Wo du dein eigenes Versagen siehst, wo du dich schwer versündigt hast, wo du, manchmal kann man das auch nicht greifen, du bist plötzlich down. Dir geht es einfach nicht gut. Du hast keine Freude in deinem Leben, du schleppst dich irgendwie so durch, kommst nicht mehr zurecht. Es gibt solche Phasen. Das ist so, wir müssen realistisch sein. Wir leben in einer Welt, wir sind Gäste und Fremdlinge hier auf dieser Welt und wir haben einen Widersacher und wir haben unseren alten Menschen, der immer noch versucht, sich zu behaupten. Und uns geht es nicht immer gut. gut, ich möchte, das finde ich komisch, wenn es Leute gibt, denen es immer gut geht, die immer am Strahlen, immer am Licht. Ich glaube denen das nicht, weil wir haben unsere Kämpfe, wir haben unser Versagen, unsere Auseinandersetzungen. Das ist so, das ist das Leben in dieser Welt. Oben in der Herrlichkeit wird es vorbei sein, aber wir haben das. Und David wusste, was er da sagt. Wir wissen, dass David sich schwer versündigt hat, Ehebruch begangen, den Ehemann der Frau auf hinterlistigste Art und Weise ermorden lassen. Schrecklich. Dem ging es bestimmt, er war eine Zeit lang ein bisschen blind für seine Situation, aber damit geht es dir nicht gut. Da musst du dich schon selber anlügen. Und das haben wir, du bist vielleicht kein Mörder, weiß ich nicht. Der eine oder andere, ich weiß es ja nicht. Aber es geht uns nicht immer gut. Das ist, das ist einfach nicht die Realität. Und wir haben aber jemanden, der, Moment, noch ganz wichtig, Schafe. Schafen geht es auch so. Wenn Schafe auf dem Rücken liegen, und das passiert manchmal, kommen sie nicht wieder alleine hoch. Sie bleiben so liegen. Und wenn ihnen keiner zu Hilfe kommt, sterben sie. Denn, wenn die auf dem Rücken liegen, entwickeln sich im Körper Gase. Und wenn die sich ausbreiten, das geht recht schnell, haben sie einen Einfluss auf den Blutkreislauf. Der wird abgebremst. und sie sterben. Entweder daran, oder wenn sie irgendwo liegen, der Feind ist natürlich, der freut sich riesig darüber. Wenn wilde Tiere das sehen, das ist eine, da haben sie überhaupt keine Arbeit mit. Da stürzen sie, die Schafe sind wehrlos, die liegen auf dem Rücken. Stürzen sich drauf und Feierabend. Und das erleben wir doch manchmal auch. Du kannst doch, wenn du ganz ehrlich bist, du kannst so, so auf dem Rücken liegen, dass du nicht mehr selber hochkommst. Du bist so gelähmt von, ich weiß nicht was, setz ein, was du willst. Wenn dir da nicht jemand von außen hilft, bleibst du liegen. Du kommst alleine nicht hoch. Und das weiß der gute Hirte. Das weiß der Hirte. Das kommt immer wieder vor, das Schafe auf dem Rücken liegen. Der muss schnell zu seinem Schaf. Der muss das suchen und wieder aufrichten. Das ist ganz, ganz wichtig. Sonst sterben die Schafe. Und da gibt es noch, einmal ist es so, dass die landen deswegen auf dem Rücken, die Schafe, weil sie sich irgendwo ganz bequem hinlegen, in irgendeine Mulde und irgendwie der Schaf wieder das erklärt. Ich habe das nicht so ganz verstanden, aber da kann es schnell passieren, dass sie sich auf dem Rücken drehen. Bequem. Gott hat nichts dagegen, dass wir uns ausruhen. und ich will auch keinem zu nahe treten, aber manchmal ist unser Christenleben sehr bequem. Es gibt diesen Begriff Sommigkeit, ist nichts. Guck dir Jesus an, hat der ein bequemes Leben auf dieser Welt gehabt? Angefeindet worden, ständig, ständig, von Leuten, die ihm eine Falle stellen wollten. Und wie ist er geendet? Auf dem Sofa? Am Kreuz? Ich will hier keinem Angst machen, aber wir brauchen, das macht uns kaputt, wenn wir uns einfach hängen lassen. Das ist nichts, was Gott will. Dass wir auf dem Sofa sitzen und wir haben irgendwann nicht mehr die Kraft, hochzukommen. Und ich finde dieses Bild so klasse, dass der Hirte, der sieht sein Schaf aus was für einem Grund auch immer auf dem Rücken liegen und der geht nicht hin und sagt zu dem Schaf, selber schuld. Du hast dir den bequemen Weg gesucht, dich hebe ich nicht mehr auf, ich gehe weiter. Sein Herz brennt. Es zerbricht, wenn er seine Schafe sieht. Und was macht er? Er geht hin, hebt das Schaf auf und wenn es nicht selber laufen kann, legt er es sich auf seine Schultern. Wenn du nicht mehr laufen kannst, trägt Jesus dich. Seine Liebe ist so groß zu dir. Egal, egal, was du getan hast, in was für einer Situation du bist. Er liebt dich und will dich aufheben. Wenn du natürlich als Schaf sagst, nee, ich bleibe hier auf dem Rücken liegen. Der Himmel ist so schön, die Sonne scheint, ich bleibe hier liegen. Dann wird er dich nicht aufheben. Wenn du nicht willst, wenn du sagst, nein, ich will deine Hilfe nicht, zerbricht sein Herz, aber er akzeptiert es, weil er dich liebt. es gibt noch einen Grund, warum Schafe auf dem Rücken liegen. Und zwar, das ist, wenn sie nicht geschoren werden. Dann kriegen sie irgendwann, wenn du sie dann irgendwie so von vorne so siehst, dann haben die irgendwie so einen Kopf, aber so ein Fell irgendwie. Das sieht echt speziell aus, so eine richtige Kugel irgendwie. Und das wird irgendwann so schwer, dass die Schafe einfach umkippen, weil sie diese Last einfach nicht mehr tragen können. Und das sammelt sich auch alles Mögliche an Dreck in diesem Fell. Das ist furchtbar. Da sind, will man gar nicht wissen, was da alles drin ist. Das ist auch an Viechern und ich weiß nicht was alles. Das ist unser alter Mensch. Das alte, verkommene Fleisch in uns. Wenn wir Jesus da nicht ranlassen, dass er mit seinem Schermesser unser Fell verschwinden lässt, dann wird dieses dicke Ich, wenn wir das pflegen, dann wird das immer fetter. Dann wird das immer fetter. Dann sind da Sünden da. Das Fleisch ist sehr, sehr anfällig für alles Mögliche. Wenn du dein Fleisch pflegst, du kannst dir alles Mögliche reinziehen. Da gibt es Dinge, unglaublich. Das Fleisch ist zu allem bereit. Das zieht sich jede Sünde rein, jeden Dreck. Und du fällst um irgendwann. Du kommst an den Punkt, wo du umfällst. Und da liegst im Dreck. Und der gute Hirte weiß das, dass seine Schafe das brauchen und er geht dann mit dem Schermesser dabei. Das tut manchmal vielleicht. Uns tut es zumindest, den Schafen wohl nicht so, aber uns kann das schon wehtun, wenn geschnitten wird. Aber lass es zu. Der gute Hirte weiß ganz genau, was er tut. und er möchte dein Leben leichter machen, wenn die ihre Wolle los sind. Die drehen richtig durch. Die springen auf dem Feld rum. Sie sind diese Last los. Dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen. Dass wir unsere Last loswerden können. Dass wir ein Leben haben, das voller Freude, das leicht ist. Und dann gibt es natürlich Schafe, die umkippen. Und das passiert häufig, am häufigsten, wenn sie zu fett sind. Fette Schafe kippen um. Das ist einfach so. Fette Schafe kippen um. Und du kannst als Christ, vielleicht nicht jeder von uns, weil wir mal ganz ehrlich sind, es gibt viele von uns, die es sich richtig gut gehen lassen können. Die haben ja Auskommen, die kommen nach Hause, die müssen nie überlegen, habe ich heute was zu essen oder nicht. Der Kühlschrank ist gerammelt voll. Wir leben in einer Gesellschaft natürlich nicht jeder. Das will ich nicht sagen, aber vielen von uns geht es gut. Das müssen wir ganz ehrlich sagen. Viele haben eigene Häuser, Autos vor der Tür, uns geht es gut. Und das kann echt ein Problem sein. Wenn du als Christ Karriere gemacht hast und deine Ziele, die du dir gesetzt hast, ein Haus zu bauen oder was auch immer, das erreicht hast, dann kann es passieren, dass du dich hinsetzt und sagst, ich kann zufrieden sein. Das ist doch toll, was ich geleistet habe. Das ist gefährlich. Das ist richtig gefährlich. Da warnt uns Gott in der Offenbarung, in der Gemeinde an Laodizea. Ich brauche nichts, ich habe alles, ich bin reich, mir geht es gut, ich bin selbst zufrieden. Zufriedenheit ist eine schöne Sache, wenn sie im Herrn ist. Aber wenn du zufrieden in dir selbst bist, das, was du geleistet hast, wie toll du bist, dann wird es gefährlich. Du brauchst deinen Herrn, du brauchst deinen Herrn, wir sind arm ohne ihn, egal, was du geleistet hast in deinem Leben. Da wird dich Jesus hinterher später nicht nachfragen. Zeig mir mal dein Diplom oder was auch immer, das gibt es da nicht mehr. Hast du dein Leben mit mir gelebt? Bist du an mir dran gewesen? Hast du dich von mir führen und leiten lassen? Und das ist so wichtig. Jesus kann nur unser guter Hirte sein, wenn wir ihm ganz das Leben geben. Wenn ich als Schaf sage, ja okay, heute bist du es, morgen springe ich mal über den Zaun und suche mir einen anderen Hirten. Wir können ihm vertrauen, keiner liebt uns so wie er. Er ist unser guter Hirte, der an uns dran ist. Zu spät. Ich hätte noch einen Vers, aber den machen wir jetzt nicht mehr. Okay. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich habe viel geredet, vergib mir, dass wenn Dinge nicht von dir waren, dann nimm du sie einfach aus den Herzen meiner Geschwister raus und ich bitte dich einfach, dass du dich ihnen offenbarst, als der wunderbare, gute Hirte, der uns so unvorstellbar liebt. Das werden wir nie ganz begreifen können. Herr, du machst unser Leben reich. Vielleicht manchmal anders, als wir es uns vorstellen, aber du machst unser Leben reich. Du gehst mit uns, du erfüllst uns, du erfüllst unser Herz mit Freude und Kraft und hebst uns auf, wenn wir hingefallen sind. sei es, dass der Widersacher uns ein Bein gestellt hat oder wir aufgrund unserer eigenen Blödheit und Sündhaftigkeit auf die Erde gefallen sind. Du hebst uns auf und wenn wir nicht laufen können, nimmst du uns auf die Schultern und trägst uns. Was für eine unvorstellbare Liebe. Ich möchte dich bitten, dass du uns in diese Woche hinein begleitest und dass du das, das, was du sagst. Ich bin der gute Hirte, dass es einfach mehr und mehr unser Leben formt und bestimmt und wir haben so viel Grund, uns dir anzuvertrauen, Herr. Und lass uns in der Beziehung zu dir wachsen, Herr. Amen. Amen.